So, einfach nur mal schauen. Ja, das ist egal. Da könnte ich hin. Und da fehlt es an diesen Dingen. Mann. Ach, warte mal. Wir sind ja gut, wir sind ja gut. Wo haben wir denn... Wo haben wir denn? Also egal, wir haben da eine Leiter, also können wir da auch hin. Aha. So. Warte mal. Können wir... Nirgends, nein. Ich weiß, wir kommen ja wieder hoch, ne? Da haben wir doch eine Leiter gebaut. Da ist sie. Okay, mhm. Nicht bis ganz, aber egal. Wir haben dort eine Leiter. Mhm. Oh, okay. Das ist klar, das macht aber nichts. So, einfach nur damit wir das jetzt ein für alle Mal drin haben. Ist ja egal. Ach so. Ach so. Ja. Okay. 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 So. Egal, das schaffen wir aber jetzt. Ist ja egal, dann machen wir es halt. Dahin. Dahin. Das machen wir weg. So. Mhm. Und... Genau dahin machen wir auch dieses Rohr. Hallo. Da war das gut, okay. Okay. Mhm. 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 Warum? Noch mal schauen. Egal. Wir brauchen jetzt diese Dinger. Ich weiß, dass ich furchtbar ungelenk baue. Das ist mir bekannt. Aber ich kriege es einfach nicht anders hin. Und wir brauchen... Oh, ja, wir brauchen noch mehr. Fuck. Wir müssen zu den Coupons. Ich weiß, es tut mir leid, aber... Das muss jetzt einfach mal sein. Wir schreddern jetzt erstmal über flüssige Computer. Lalalala. Glaubt mir auch kein Mensch, oder? So. Das sind Zahlen. Äh, ne, Quatsch, Coupons drucken. Okay, komm, du nimmst. Ah, okay, so. Mal gucken, ob wir noch mehr Coupons haben. Oh. Okay. Gut. Und jetzt, wo ist denn der Shop? Habe ich den Shop? Na klar. Ach, Quatsch. Hm. Hm. Brauchen wir. Zurück. Brauchen wir. Zurück. Strom. MK2 reicht. Das war's? Das war's. Echt? Ah, ne, das war's nicht. Vor der Bank. Das lassen wir da rein erstmal. Fundamente. Ah, da gibt's noch mehr. Was ist das denn? Oh, da haben wir ja schon ziemlich viel. Sonderangebote. Das hab ich schon, das hab ich schon, das hab ich schon. Das brauchen wir alles nicht. Oh, Wände. Machen wir alles, brauchen wir jetzt nicht. Ähm, so. Architektur. Hm. Den Beam. Oh, ist das alles schön. Das ist alles so schön. Ausrüstung. Ach, ja gut. So dringend brauchen wir das noch nicht. Teile. Teile, also das können wir einfach kaufen. Das ist aber nicht das, was wir noch brauchen. Den Customizer. Ne, den brauchen wir im Moment auch nicht. So, okay. Äh, sicherheitshalber machen wir die restlichen wieder hier rein. Zack. Obwohl, ne, eigentlich sollte man die immer dabei haben. Wir sterben ja sowieso nicht. So. Und dann brauchen wir, jetzt geht das wieder los, obwohl es nicht nötig ist. Ah. Jetzt brauchen wir diesen Durchlass. und das ist das da. Und das brauchen wir einfach davon ein paar. Ähm, nein. Was? 40. Achso, ja genau. Und noch. Gut. So, jetzt schnell mal gucken. Ähm. haben wir genug. Alles da. Warte mal, ich dachte, die da... Ach, Moment. Ich bin doof, ich bin doof. Aber egal, das haben wir. Ja, 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 ist ja gut. Ich hab's nicht gekauft. Und es ist mir auch wieder furchtbar klar, dass wir die Sachen nicht so nutzen, wie sie gedacht sind. Nicht ums schön zu machen. So, okay, ja. Wände. Nein, Befestigungen. So. Nehmen wir jetzt einfach mal alles. Zack. 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 Ist mir egal. Und zack. Und jetzt... 13? Das haben wir noch drin. Achso, 13 Coupons. Ja, alles kaufen. Zack. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir zu diesem hässlichen Ding. Und machen was furchtbar perverses. Erstmal. Und jetzt mal die erste. mhm. Hihihi. Na, komm gleich hier hin. Zack. Oh, ich hab's nicht gesehen. Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Ja. Oh, tatsächlich. 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 Haha. Super. Dann schnappen wir uns... Mhm. Was für eins ist das? Nein. Was willst du? Da würde ich das hinhaben. So, dann. Ist das okay? Ist das okay? Ja? Jetzt tötet's mich. Klar tötet's mich jetzt. Wir schnappen uns... ...das Ding. Daran bauen wir einen. Nein. Dann nehmen wir das da. Einfach nur, um's zu wissen. Geht das jetzt? Da bin ich. Ja, ist das nicht toll? Das bedeutet aber auch... ...diese Leiter, ne? Hm. Ist da noch Leiter? Noch mal runter. Wir müssen ja langsam oder sicher irgendwie... Ja, ist ja gut. Upsa. Oh. Der zieht mich aber weit. Super. Super. Jetzt haben wir da diesen Müll und das da. Und wir brauchen dorthin Wasser. Genau. Jetzt wollte ich was sehen. Ich weiß nicht, ob das mein Projekt ist. Aber egal. Aha. Es ist diese Richtung. Haben wir da schon Wasser? Ich weiß es nicht. Ja, aber das nehmen wir. Okay. Ah, äh, kommen wir da hoch? Habe ich da einen Aufgang gemacht? Ich finde es echt toll. Ja. Mhm. Er ist nicht einfach, aber er ist da. Ja. Bisschen Wasser haben wir ja schon. So. Was? Wo bin ich? Wo bin ich? Mhm. Was? Ah doch, hier. Noch mal schauen. Wo ist mein Wasser? Diese Richtung. Das ist gut. Vielleicht ist es gut. Ich weiß das noch nicht. Aber es ist auch dann definitiv hoch genug. Hallo Drohne. Hm. Auch nicht schlecht. Mhm. Mhm. Mag ich das? Nein. Ach, scheiße. Ja, ne? Gasmaske an und dann sofort nicht mehr weiterkommen. Äh, ist das das Richtige? Wo soll das sein? Wo soll das sein? Wo soll das sein? Du wirst mir doch Wasser nicht so... ...teuer verkaufen? Nö. So, gut. Gut. Mhm. Hm. Ja. Na komm, wenn wir schon so ein Ding bauen, dann bauen wir 1, 2, 3, 4, 5 von denen. So, das ist unser Wasser. Wo wollen wir hin? Wir wollen genau hier durch. Das bedeutet, wir bauen genau hier hin einen so ein Ding. Dann schnappen wir uns das da und gehen in genau diese Richtung.